Das wär jetzt sowas. So. Fokus, Flammen, Biss und gleißender Funke. Und vielleicht... Wo ist meine Pferdeflöte? Damit sind wir einfach schneller unterwegs. Auch wenn der Esel nicht so stylisch aussieht. Äh, check. Esel. 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 So. Warum musst du dich auch immer mit allen Leuten anlegen? Wir wollen doch nur ganz gemütlich reisen. Wir haben doch nichts Böses vor. Erstmal speichern. Oh. Hey, nicht auf meinen Hesel gehen. Das ist mein Hesel, verdammt nochmal. Den brauch ich noch. So. Speichern. Absteigen. Zack, zack. Fokus. Geta-Typi. Flammenbiss. Okay. So. Okay. 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 So. Okay. Well, let's do this. Okay. Yeah. Okay. Na, ähm Krustenbrot essen Speichern Esel Kannst ja doch eh nichts essen Lass uns mal weiter latschen Wir wollen ja auch irgendwann ankommen Oh, da ist der Eisbär Nicht so geil Äh, ja, 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 ja Feuerelementer So Fokus, Flammen, Biss So So witzig, dass der klein Der zweite so klein ist Da ist der nächste So So Esel ist weg Komm Lass uns weiter reiten Das wieder Okay 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 So Jetzt wurden die Karten entschlüsselt Gut, gut Aber jetzt machen wir erstmal das hier unten Und Teleportieren uns danach zurück Oh mein Gott Feuerelementer Feuerelementer Ich habe die ganze Zeit Ich habe die ganze Zeit meinen eigenen Typen angegriffen Das ist vielleicht nicht so klug gewesen Ja, das ist vielleicht nicht so klug gewesen Wir speichern mal Und gehen direkt weiter Ich möchte ja noch dieses Schiff da Da möchte ich ja hin Komm Ab zum Schiff Wir müssten eigentlich Ja Bald da sein Ja Ich habe die ganze Zeit kind Ja Ich habe die Ah, danke Eselchen. Können wir hier So, einfach durchlaufen Sieht so aus, also, aber hier müssten Tschüss Oh Hallo Der Esel hat doch eine Lebensanzeige Oh Das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich habe doch die Teile hier alle weg gemacht Oh nein, habe ich nicht Ah Ah nein Ja okay, danke Esel Du hast mir gute Dienste geleistet Aber jetzt muss ich glaube ich So latschen Hey Super Hat nicht gereicht Mist Naja, dann laufe ich halt Der Esel kann mir hier eh nicht mehr viel lassen Flammenelementa Das war eine 80er Erfahrung Das ist nicht mehr viel So 10 Minuten Regeneration Habe ich jetzt So Fokus 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 Oder Oder Komm schon Einmal kurz Speichern Nein Genau deswegen habe ich gespeichert Was ist sehr gut